Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in der nächsten Stunde werden wir uns mit dem Tool GeoGebra beschäftigen. Das kennt ihr vielleicht schon aus der 6. Klasse. Ich werde euch in diesem Video zeigen, was man da alles dazu können muss. Ihr kommt zu diesem GeoGebra Geometrie Tool, indem ihr in euren Play Store oder in euren Apple Store geht und dort die App GeoGebra Geometrie runterladet. Oder ihr geht einfach ins Internet geogebra.org slash geometry, also mit dem Y hinten dran. Dann könnt ihr das Ganze auch im Mozilla Firefox, im Google Chrome in einem Browser öffnen. Was ihr da alles können müsst, das zeige ich euch jetzt. Zunächst einmal brauchen wir ein Koordinatensystem für bestimmte Aufgaben. Das heißt, wir müssen uns die Achsen anzeigen lassen und dann müssen wir auch noch das Koordinatengitter anzeigen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich nehme hier immer ein enges Gitter, dann kann man es besser sehen. So, und jetzt geht es darum, dass wir Punkte einzeichnen. Wem das Ganze jetzt zu groß erscheint, der kann sich das auch herzoomen oder wegzoomen. Je nachdem, ob er am Handy oder am Computer sitzt, geht das mit dem Scrollbutton oder mit den Fingern. So, jetzt müssen wir Punkte einzeichnen und das geht entweder so. Ich kann einen Punkt A hier benennen, ist gleich und nenne den 1 und der Strich, der normalerweise kommt, ist ein Komma und dann 1,5. Das wären die Koordinaten. Und jetzt seht ihr schon, wenn man eine Kommazahl in die Koordinaten reinschreibt, muss das ein Punkt sein. Getrennt werden beide Zahlen durch ein Kommazeichen. Also, da darf man das nicht verwechseln. Man kann natürlich auch Punkte direkt aufs Gitter setzen. Das heißt, wenn man jetzt hier auf Punkt zeichnen geht, dann kann man auch direkt draufklicken und erhält den Punkt B an dieser Stelle. Wichtig, wenn ich Punkte bewegen möchte, also hier den Punkt B woanders hinsetzen möchte, gehe ich auf Bewege. Wenn ich einen Punkt zeichnen möchte, dann muss ich eben da woanders hinklicken, um etwas zu zeichnen. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist, wie man eine Strecke zeichnet und misst. Hier steht ja schon dran, Strecke messen. Also, ich nehme die Strecke A, B. Und jetzt steht hier nicht dran, wie man sie misst, sondern ich muss hier auf mehr gehen. Und jetzt habe ich die Chance, auf Messen zu gehen. Den Abstand oder die Länge ist das. Also, klicke ich, es steht immer hier unten dran, wähle zwei Punkte, eine Strecke und so weiter. Ich nehme also einen Punkt und noch einen Punkt. Und jetzt kann die Strecke gemessen werden. Wenn ich jetzt wieder auf Bewege gehe, kann ich dieses Textfeld, wo die Streckenlänge gemessen worden ist, einfach auf Verschieben woanders hinschieben. Apropos Verschieben, das ist ja das, was wir durch die Parallelverschiebung mitbekommen haben. Wir wollen jetzt einen Punkt verschieben. Was ich dazu brauche, ist ja ein Pfeil. Den nennt man in diesem Geometriesystem Vektor. Das heißt, ich brauche erstmal einen Vektor. Also zeichne ich mir erstmal wieder einen Punkt und noch einen Punkt, was später mein Vektor sein soll. Und jetzt verbinde ich diese beiden Punkte miteinander. Das ist jetzt mein Vektor, der die Verschiebung machen soll. Also gehe ich auf Transformation, Verschiebe um Vektor. Hier könnte man auch an einer Gerade spiegeln, das ist das, was man mit Achsenspiegelung kennt. Aber ich nehme Verschiebe um Vektor. Jetzt Verschiebe um Vektor, ich soll ein Objekt wählen. Jetzt könnte ich zum Beispiel diese Gerade oder diese Strecke als Objekt wählen und brauche dann noch den Vektor. Jetzt wird die komplette Strecke als mit einem Vektor verschoben. Und je nachdem, wie ich den Vektor ändere, das kann ich jetzt hier auf Bewege machen, würde sich jetzt auch meine Verschiebung, seht ihr, verändern. Ich lasse das jetzt mal hier wieder dran. Damit ich das nachträglich dann auch noch sehen kann, zeige ich noch was anderes. Ich nehme jetzt einen Punkt, den setze ich auf diese Strecke hinauf. Der soll jetzt hier entlang wandern. Auch den werde ich wieder verschieben mit demselben Vektor. Überraschenderweise wird er natürlich hier auf meinen Punkt F' auf der Strecke landen. Jetzt kann ich hier mit einem Rechtsklick Spur anzeigen. Das heißt, sobald ich jetzt meinen Punkt F bewege, wandert mein Punkt F' mit und zeichnet eine Spur auf. Eine Spur bedeutet, die Spur, die ihr verwendet oder wo er überall hinläuft. Und ich sehe schon, wo die Punkte alle hinlaufen. Wenn ich jetzt eine Anmerkung machen möchte, also etwas hineinschreiben möchte, gehe ich auf Text hier unten. Ich kann hier hinklicken und kann sagen Hallo oder Eigenschaften benennen. Das sollt ihr nächste Stunde machen. Ihr sollt dann in diese Textfelder Eigenschaften hineinschreiben. Und als nächstes will ich euch noch zeigen, wie man einen Winkel macht. Für einen Winkel brauchen wir normalerweise wieder drei Punkte. Ich setze einfach mal eins, zwei, drei Punkte. Und jetzt soll ein Winkel gezeichnet werden. Ihr könnt da schon ein bisschen mal durchgucken. Hier ist der Winkel und da brauche ich drei Punkte. Da muss ich den Drehsinn beachten. Ich fange bei I an, gehe zum H, zum Scheitelpunkt und gehe dann zu G. Jetzt ist der Winkel gemessen. Wenn ich den ganzen noch einzeichnen möchte, dann kann ich das Ganze hier zum Beispiel über Strecken machen. Stimmt zwar nicht ganz, weil es halbgeraden sind, aber so kann ich den Winkel kenntlich machen. Einfach ist natürlich ein Kreis. Ich brauche zuerst mal einen Punkt. Das ist dann der Mittelpunkt. Um den Radius hinzubringen, brauche ich eine Strecke. Deswegen zeige ich hier eine Strecke mit fester Länge. Nämlich vom Punkt J weg. Nämlich drei Zentimeter. Und dann erhalte ich eine Strecke mit drei Zentimeter. Und jetzt kann ich meinen Kreis zeichnen. Ich brauche nämlich immer zuerst den Radius. Und kann jetzt zum Punkt K gehen und der Kreis wird aufgespannt. Eine Gerade ist relativ einfach. Ich brauche einfach nur zwei Punkte. Die verbinde ich miteinander und habe eine Gerade. Wenn ich ein Dreieck will, dann gehe ich auf Vieleck. Sag, welche Punkte miteinander verbunden werden sollen. Und gehe wieder zum Ausgangspunkt zurück. Jetzt habe ich ein Dreieck. Und wenn ich jetzt noch den Flächeninhalt messen möchte, gehe ich bei Messen auf Fläche. Drücke hier auf das Dreieck. Und dann wird der Flächeninhalt angezeigt. Ihr seht, was passiert ist. Ich habe es aus Versehen zweimal gemacht. Ich kann einmal wieder auf rückgängig gehen. Denn wenn ich bewegen will, muss ich immer auf die Maus mit Bewegen gehen. Und dann kann ich meine Textfelder auch verwenden. Das war jetzt natürlich etwas viel. Aber ich glaube, das ist ganz intuitiv, wie man das Ganze verwenden kann. Wenn man was zeichnen will, geht man auf Zeichnen. Wenn man Winkel zeichnen will, geht man auf Winkel zeichnen. Wenn man verschieben will, geht man auf Transformation. Und ein Pfeil nennt man hier einen Vektor. Alles andere kriegt ihr bestimmt selber hin. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss.